Inspiration ist eigentlich das wertvollste, was man einem Menschen mitgeben kann. Es ist echt krass, wie viel Input man in so kurzer Zeit bekommen kann. Es gibt keine Zweifel mehr, es ist der krankeste Input ever gewesen. Andere Unternehmer, die ihre Insert ausgepackt haben. Wahnsinnig viel Input, Motivation für Monate im Voraus. So viel Erfahrung auf einen Fleck. Ich kann einfach nur sagen, danke für alles. Ich würde es auf jeden Fall immer wieder tun. Ich bin auf jeden Fall gerne wieder mit am Start. Ich bin auf jeden Fall gerne wieder mit am Start. Ich bin auf jeden Fall gerne mal nee. Ich bin auf jeden Fall immer wieder mit am Start. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020